Hallo zusammen, in dem vorherigen Tutorial habe ich dir gezeigt, wie du dein Ledger Nano S einrichten kannst und wie du den Ledger Live Wallet auf deinem PC nutzt. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du mit dem Ledger Nano S und dem Ledger Live Wallet verschiedene Kryptowährungen versenden und empfangen kannst. Lasst uns also loslegen. Wenn du beispielsweise Ethereum empfangen möchtest, gehe sicher, dass dein Konto ausgewählt ist und klicke auf Ethereum. Dann klicke auf Empfang und gehe sicher, dass dein Ledger Gerät angeschlossen ist. Wenn du aus irgendeinem Grund nichts damit gemacht haben solltest und der nicht genutzt wurde, musst du vielleicht deine PIN noch einmal eingeben und ich werde das in meinem Fall jetzt gleich machen. Ich werde zu Ethereum navigieren und dann sicher gehen, dass die beiden Knöpfe oben gleichzeitig gedrückt sind. Gut, und jetzt gehen wir auf Weiter. Jetzt heißt es hier, eine Ethereum-Adresse wird auf ihrem Gerät angezeigt. Überprüfe sorgfältig, dass die Adresse die gleiche ist wie auf dem Computer. Klicke also auf Verifizieren. Das ist also die Adresse, die wir kopieren wollen. Klicke auf Kopieren und als nächstes muss ich zu einem Exchange gehen, wo ich beispielsweise Ethereum liegen habe. Ich gehe also jetzt zu Coinbase Pro. Das ist einer der vielen Exchanges, wo du Ethereum kaufen kannst und ich klicke auf Abheben. Wähle die Währung aus. Also Ethereum. Dann füge ich die Adresse hier ein. Okay, die Adresse, die wir von hier kopiert haben, habe ich also hier eingefügt. Und hier, wo es heißt Betrag, werde ich ein Ethereum eintragen, was momentan 156 Pounds wert ist. Und dann werde ich dieses Ethereum abheben. Klick also drauf. Und ich muss das nochmals hier mit meiner Zwei-Stufen-Verifizierung bestätigen. Und ich empfehle auf jeden Fall, eine Zwei-Stufen-Verifizierung einzurichten, was alles viel sicherer macht. Und das kannst du auch ziemlich einfach einrichten, wenn du einen Coinbase-Account hast. Das können wir wieder schließen. Und unser Ethereum sollte hier in den nächsten paar Minuten bis ungefähr zu einer Stunde angezeigt werden. Das heißt, du kannst dich aus deinem Ledger Nano Live ausloggen. Okay, das hat jetzt ungefähr fünf Minuten gedauert. Und wie du sehen kannst, wurde Ethereum zu meinem Konto hinzugefügt. Und wenn ich mein Portfolio ansehe, dann sehe ich hier, dass ich 194,66 US-Dollar habe. Und das kommt natürlich von dem Ethereum, das hinzugefügt wurde. So kannst du also Kryptowährungen versenden und empfangen. Und im nächsten Video zeige ich dir, wie du mehrere Kryptowährungen auf deinem Ledger Nano S hinzufügst. Auch wenn du vielleicht die Meldung bekommst, dass der Speicherplatz voll ist. Das ist also ein gängiges Problem, das einige Leute haben. Und ich werde dir zeigen, wie man damit umgehen kann. Gut, hab einen schönen Abend und bye bye.